Moins Leute, willkommen zurück bei der Jogzockt und Killzone Shadowfall mit der ganz tollen Knifte von meiner Hilfstruppe weitermachen. Ja, hoffe ich mal natürlich genau bei Arpentars, dass zum einen diese richtige Map ausgewählt wird und natürlich zum anderen, dass ich jetzt hier mal ein paar Kills wieder hinbekommen und dann endlich mal diese, ja, Entschuldigung, aber Dreckspistole nicht mehr machen muss, weil die nervt. Also, ja, ne, geht gar nicht. Natürlich werde ich jetzt hier auch noch ein paar Kills mit meinem Geschütz holen, soweit es auch wieder möglich ist und dann mal schauen. Ja, Geschütz ist drin, eine tolle Waffe auch, die hier. Ja, und dann schauen wir uns mal. Ach, komm, machen wir gleich. Hier war es mal das Geschütz hier. Nein, noch. Scheiße. Ja, genau, das fängt schon mal gut an. Immerhin macht mein Geschütz schon mal hier, seine Arbeit. Ich hab gehört über Hilfe. So. Doppelte Mediode mit der Pistole. Ich glaub, mir hackt's. Hä? Ach, da. Hey, hey. So. Wo sind die jetzt wieder? Mein Geschütz ist jetzt auch weg. Hm, hm, hm. So. Hm, 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 hm. Keiner da? Gibt's jetzt nicht? Hallo. Ah. Ja. Ausfahrung abgeschlossen. 50 Feinspieler. Mit der ganz tollen Pistole. Details sind noch 25 to go. Mein Geschütz hat auch die ersten 100. Ja. Ja. Ich schicke die Wiederbelebungsdrohne. Wiederbelebungsdrohne auf dem Weg. So, alle klar. Wir haben zwei. Da brauchen wir nochmal einen. So. Hey. Hey. Hehehe. Schade. Die Schützer ist weg. Ne, oder? Bam. Okay. Na ja, die Runde lief jetzt relativ gut. Also das heißt die Runde, also bis zu dem Tod. Weiter geht's. Die 100 Geschütz-Kills kriegen wir auch noch hin. Wenn der ganz sicher ist. So. Hier ist keiner. Da ist auch keiner. So. Zack. Oh, shit. Woah. Woah. Was ist denn jetzt los? Nice. Jo. Sehr schön. Noch mal einmal für meine Drohne gedreht. Danke. Der Überlebungsdrohne ist auf dem Weg. Hörst du auch um mein Geschütze schießen? Hö. Nice. Die Wiederbelebungsdrohne wurde ausgesendet. Hö. Da hinten war einer. So. Uh. Baba. Ich kriege die Wiederbelebungsdrohne. Ich kriege die Wiederbelebungsdrohne. So. Ich kriege die Wiederbelebungsdrohne. Oh. Das war knapp. Äh. Aha. Nein. Das war doch ein Heller. Fuck. Oh nein. Mein Geschütz ist auch weg. Gut. Will ich wieder hinstellen. Bum 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 bum. Aha. So. Fuck. Autsch. Scheiße. Oh man. Ah ja. Ja. Eiskalt. Der nächste Heller. Nee. Der Geschützturm ist aktiv. Hä. Okay. Was haben wir uns das grad war. Eine Vorlage auf jeden Fall. Dreh auf einen Schlag tot. Gut. Aha. Boah. Ich rufe der Geschützdrohne. Ich rufe der Geschützdrohne. So. Ich rufe der Geschützdrohne. So. Hehehe. Da hinten. Da hinten. Die Wiederbelebungsdrohne ist auf dem Weg. noch weg. Ach doch nicht. Da ist sie ja noch. Jetzt ist sie weg. Schade. Boah Nein Ach Naja Geschütze auch nicht ready Und jetzt kommt es dann definitiv auf die 100 Kills Wenn es nicht schon hat Keine Ahnung, habe ich verpasst oder auch nicht Sehen wir dann Auf jeden Fall das läuft, was läuft Oh shit Dann nehmen wir den Passt Hier ist keiner, da hinten ist einer Zwei Hm Boah Alter Verwalter Okay, also im So halbwegs Nahkampf ist die Bis so legal war so schlecht Wiederbelebungsdrohne auf dem Weg In dem Video mit Geschützturm Sehr schön Ich wecke eine Wiederbelebungsdrohne Ach Ach Nein Fuck Oh nein Mein Geschützturm ist weg Ein paar Sekündchen haben wir ja noch Nein Komm schon, rächt mich Pling 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 Jawoll Da sind die 100 Mit dem Geschützturm Nochmal eine Nochmal eine Ja, brauche ich doch tatsächlich dann nochmal eine Runde Mit hier Meiner ganz tollen Pistole Ja Dann nehmen wir hier nochmal Penthouse Schon dann Ja Habe mir natürlich auch überlegt Hier gerade im Bahnhof oder sowas hier Lässt sich natürlich auch die Spawn-Warking gut einschätzen Äh, einsetzen Eigentlich nicht einschätzen Da Äh Ja Wobei das eigentlich relativ egal ist Für mich ist gerade auch wieder so Ein Das kann natürlich ja im Penthouse genauso machen Weil es ja hier alles zufallsbedingt Wann die Bots da joinen Von dem ja relativ egal Aber Geschützt ist schon Mark 5 Finde ich persönlich dann schon mal nicht schlecht Ist ja schon mal gut die Hälfte Penner Bewege dich schneller Okay Na Nein Scheiß, bis du sie gerade hatte Okay, ist klar nochmal Oh shit Da oben Irgendwo Ach Och ne Nicht schon wieder Hm Ja, das wird sie nicht überleben Ach Kacke Kacke Hm 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 Da hätten sie auf jeden Fall normale Gegner Bringen wir mal den schon um Hm 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 Dann warten wir mal rein Das machen wir gerade zu So Wo Ja Ja Was schön Wiederbelebungstrone ist unter destille chantig Die Widerderbelebungstrone ist neu straぎ das Spiel Kap Jetzt Bau Lo sh Open Hä? Ich hätte doch gerade ohne einer geschossen. Hier ist auf jeden Fall schon mal nichts. Macht aber nichts, weil da halt schon mal das Geschütztrömmchen neu. So. Nein. Kacke. Jetzt könnte ich wetten, dass er Geschütztrum verreckt. 150 Feindspieler mit Geschütz. Penner. Ist nichts, da ist auch nichts. Hm. Wo sind sie denn jetzt schon wieder? Ah, da. Fuck. Ja, lol. Hä? So. Hm. So. Hm. Boah. Alter Verweiler. Nein. Gibt es auch. Bling. Waffenspezialist. Nice. Alles Zubehör freigeschaltet. Wunderbar. Wunderbar. Was will man mehr? Gut. Das heißt. Ab jetzt sind nun noch die normalen Fähigkeiten. Oder gut. Was heißt die normalen Fähigkeiten? Ja, generell die Fähigkeiten. Da bleibt noch stehen. Hallo? So. Pushen wir mal schnell mal die Wiederbelebungsdrohne. Okay. Oh, fuck. Okay. Das war wohl ein Heller. Hm. Riecht aber irgendwie immer noch am besten einen von mir. Ah. Ah. Die Wiederbelebungsdrohne ist draußen. Die Wiederbelebungsdrohne wurde ausgesendet. Die Wiederbelebungsdrohne ist draußen. Die Wiederbelebungsdrohne ausgesendet. Die Wiederbelebungsdrohne auf dem Weg. Die Wiederbelebungsdrohne ist 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 auf dem Weg. Prozent auch Mann aber ich ist um ist auch weg gekehrt ist klar kommt das Ding auch gleich neu mehr die Schütze schon weg ich glaube ich werde auch mal noch hier die Petruside Granaten deaktivieren also noch mal in die neue Wasserhund erstellen Schaden tut das nicht da kommt das Ding rein so ja pushen wir das mal ein bisschen Ich schicke eine Wiederbelebungsdrohne. Shit. Sorry. Die Wiederbelebungsdrohne auf dem Weg. Die Wiederbelebungsdrohne ist raus. Ah, 150 Fahnspieler mitgeschützt. Die Wiederbelebungsdrohne wurde ausgesetzt. Gut, ausgeschützt ist jetzt egal weg, nicht gerade. Ey, Penner. Das wollte ich gar machen. Shit. Ich malt den. Die Wiederbelebungsdrohne wurde ausgesetzt. Die Wiederbelebungsdrohne wurde ausgesetzt. Gut, also das hier ist gut zum Voranpushen, würde ich behaupten. Ich schicke die Wiederbelebungsdrohne. Au. Schneller. So. Hm, sechs Schuss. Okay. Das ist natürlich nicht mehr allzu viel. Verdammt. Viel Spaß mit meinem Geschütz. Ich hab den gewarnt. Hm, das ist aber schon so ein Mods drum hier, ne? Ja. 30 Sekunden. 30 Sekunden. 30 Sekunden. Haha. So. Panner. Hm. Hm. Oh nein. Shit. Haha. Hm. Hm. Ja. Na gut. Das war's jetzt eh. Aber naja. Eine Gold Trophy. Alle Waffen mit Upgrades. Passt. Jena. Herrlich. 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 So. Jetzt sieht man das auch gleich nochmal hier. Ja. Also brauchst du den einzige Kniff, den du nicht brauchst, ist die Rainer. Ja. Stelle ich auch demnächst wieder mit dem Rack rauf. Optimal. Gut. Dann sag ich mal vielen Dank fürs Zuschauen und freue mich natürlich, wenn ihr bei der nächsten Runden wieder mit dabei seid. Wenn es heißt dann Richtung den letzten 1-2 Trophäen inklusive Platin. Also ich wünsche euch was. Hatte die Ohren steif. Ciao und Servus.